Hey Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Yu-Gi-Oh! Opening Video hier bei GateToTheGames und endlich ist es soweit, endlich haben wir die neue Premium Gold 3 Infinite Gold und das war ja wieder mal der Wahnsinn, was da abgegangen ist. Die war wieder mal so nachgefragt, dass man kaum hinterherkommt, die ganzen Bestellungen hier zu packen und es ist wirklich der Wahnsinn, die Box ist einfach nur mega geil, was da alles drin ist, das geht gar nicht. Also es wurden so viele super krasse Karten nachgedruckt, das schauen wir uns aber gleich selbst an, dass ihr euch davon selbst überzeugen könnt. Auf jeden Fall, was ich euch empfehlen kann, wenn ihr die Box noch nicht habt, besorgt sie euch bald. Es ist egal, wo ihr die besorgt, also das müsst ihr nicht bei uns machen, bei uns im Shop könnt ihr die natürlich auch holen, da kostet die noch 39,90 Euro, aber egal wo, denn die Box war so nachgefragt, dass Konami mit der Produktion gar nicht hinterhergekommen ist. Das heißt, die ist jetzt schon streng limitiert und wenn ihr da noch eins ergattern möchtet, solltet ihr das schnell machen, bevor die überall ausverkauft sind, denn es ist mittlerweile schon so, dass die Preise überall ansteigen. Da könnt ihr einfach bei Ebay oder Amazon reinschauen und dann seht ihr das, dass ich euch echt empfehle, wenn ihr die haben wollt und nicht zu viel Geld bezahlen möchtet, kauft euch die bald, bevor es noch teurer wird. So, das zum einen. Ansonsten legen wir jetzt einfach mal direkt los und schauen uns mal an, denn hier sind ja wirklich mega krasse Karten nachgedruckt worden. Maxi, Nummer 106, riesige Hand, Geisterurge und Schneehase, Daigusto Elmeral, Erzunterwärtler, Exzentrik, also und so weiter und so weiter. Cosmo-Karten, das ist wirklich richtig krass, was hier alles drinsteckt in dieser kleinen Box. Aber wir sind ja von Premium Gold nichts anderes gewohnt und ich muss sagen, für mich definitiv einer der, wenn nicht sogar der Artikel des Jahres 2016. Wenn nicht Konami noch irgendwie eine Schippe drauflegt, aber ich kann mir das eigentlich kaum vorstellen. In letzter Zeit ist ja ein Kracher nach dem anderen gekommen, aber jetzt egal, schauen wir uns an, was wir hier drin haben. Wir haben 5 Premium Gold 3-Packs mit jeweils 2 Boostern, nicht wie vorher zuerst angekündigt, mit einem, haben aber den gleichen Inhalt. Das heißt, wir haben in jedem Booster 5 Karten, 2 Gold Secret Rares und 3 Gold Rares. So kommen wir dann wieder auf 10 Karten pro Pack. Und mit welchen fangen wir an? Mit der goldenen Mitte. Und schauen uns einfach mal an, was wir jetzt hier schön ist in unserem Premium Gold 3-Pack ziehen. So, ich bin schon so aufgeregt, dass ich jetzt hier alles umwerfe. So, Premium Gold 3-Pack, 2 Booster Packs, so sehen sie aus, wie man es kennt, normale Booster, aber natürlich kein normaler Inhalt. So, hier legen wir direkt mal los mit der ersten Karte. Da haben wir Vektor Pendel der Dracho, Drachoberherr. Die stürmische Spiegelkraft, wir kennen sie auch. Dann haben wir hier Kubik-Krimmetasse des brennenden Abgrunds, also Burning Abyss ist auch eine Menge dabei. Hier haben wir den trügelrischen Herrscher, Ultimil-Bischbalkin, ist gar nicht so einfach zu lesen hier im Licht. Eine Syncukarte und den Cosmo-Wegbereiter. Also für Cosmo-Fans gibt es hier wieder auch ein paar richtig schöne Karten. Hier haben wir Lüsterpendel, der Dracho-Bezwinger, wieder eine brennende Spiegelkraft, Arlig-Krimmetasse des brennenden Abgrunds, Sukumo-Hieb und das große Horn des Himmels. Wir erinnern uns noch alle an das Horn des Himmels. Jetzt haben wir das große. So, Pack Nummer 2. Direkt weiter hier. Da haben wir der Reisende und der Weg zum brennenden Abgrund. Üblicher Ouroboros, auch eine richtig schöne Karte, damals das Hintenadeln, eine 7 hier reprintet, Gedankengang, auch eine super Karte. Gerümpeländerer und die Cosmo-Stadt. So, dann haben wir hier Feuersee des brennenden Abgrunds, Nummer 61, Volcasaurier, Notfall-Teleport, auch eine mega gute Karte, Magischer König-Mondstern und das Horn des Himmels. Jetzt haben wir praktisch das kleine und das große. So, Pack Nummer 3, Buster Nummer 1. Da haben wir hier Sternzeichenkündler, Plejaden, Fehler, wie ihr seht, wirklich richtig krasse Karten dabei. Zielgrimme-Tazte des brennenden Abgrunds, Nummer 38, Hoffnungsvorbote, Drachengalaxie, Drachentitanengalaxie und tiefe, dunkle Fallgrube. Dann haben wir hier Nummer 11, Großes Auge, auch eine mega gute Karte, war damals ja irgendwie, hat über 100 Euro gekostet, als er rausgekommen ist, wurde dann wieder gedruckt im Adventskalender, aber trotzdem eine wirklich gute, teure Karte noch. Durchbruchfähigkeit, also wirklich, hier sind so krasse Karten bei. Grafe Grimmel-Tazte des brennenden Abgrunds, die leuchtende Hoffnungsstraße und die Cosmol-Böshexe, die ein bisschen an Darth Maul erinnert, mit ihrem Laserschwertstab. So. Das vorletzte Booster, ich würde gerne noch eine der Preiskarten ziehen, denn die sind ja einige der Highlights, es sind ja zwei der Highlights aus dem Set hier noch. Hier haben wir erstmal den Zünsterfön, das ist jetzt Zünsterprominion, der sprechende Drachobezwinger. Das ist echt nicht so leicht zu lesen. Dann haben wir Feenwind, Erzunterwäldler Exzentrik, das ist auf jeden Fall eine richtig gute Karte, kostet so 15, 20 Euro. Wir werden sehen, wie sich der Preis entwickelt. Wenn die Displays jetzt schon alle so knapp sind, ist es wahrscheinlicher, dass der R noch ansteigen wird. Auf jeden Fall eine richtig coole Karte. Übereinstimmung des Königs haben wir hier noch und den Cosmo Strohmann. Weiter geht's. Mit Max C, wir kennen es alle, richtig schöne Karte, ungefähr 10, 15, 20 Euro, je nachdem, wo man guckt. Schwarzer Rosendrache, ein Klassiker, finstere Spiegelkraft, auch super. Sternstauf, Angriffskrieger, das ist auch eine der neuen Karten. Also alle Gold Secret Rares sind hier komplett neue Karten, die vorher noch nicht so in Deutschland erschienen sind. Und hier haben wir jetzt noch die Eishand. Auch eine sehr schöne Karte. Und das letzte Booster. Kriegen wir jetzt hier noch unsere Preisbooster-Karte. Und wenn man bedenkt, dass die Dinger echt nicht so teuer waren, die waren ja noch günstiger als die anderen Premium Gold Serien, die ja jetzt auch schweineteuer sind. Jetzt fällt hier alles um. Ist das echt ein Schnäppchen? Aber wer halt wartet, der hat Läuftgefahr, dass die natürlich im Preis sehr stark steigen. Ob es einen neuen Druck geben wird? Ich muss ehrlich sagen, ich denke eigentlich fast ja. Also wenn ein Produkt so gut läuft, dann wird das eigentlich nochmal gedruckt. Die Frage ist nur, wann dauert das jetzt? Ein paar Monate kommt das erst in einem Jahr. Es kommen ja demnächst auch die Saga auf Blue Ice White Dragon Decks wieder. Da hat es ja auch eine ganze Weile gedauert, bis die wieder gedruckt wurden. Von daher, wenn ihr die Karten jetzt haben möchtet für eure Decks, schlagt am besten jetzt bald zu. So, gehen wir erstmal hier weiter mit dem Vektor Pendel, der Drachoberherr, den Chimera-Deck-Festungsdrachen, nochmal Maxi, Gerümpel-Kuribou und die Kosmostadt. Also mit den Karten, die man hier drin hat, hat man das Geld allemal raus. Hier haben wir jetzt wieder Lüsterpendel, der Drachobezwinger, Gedankengang nochmal, Skam, Grimmet hat sie des brennenden Abgrunds, Nummer 77, die sieben Sünden und nochmal das schwarze Horn des Himmels, beziehungsweise das schwarze Horn des Himmels hat man glaube ich noch gar nicht. Auf jeden Fall, wie ihr seht, wirklich mega krasse Karten hier drin. Wenn wir das jetzt nochmal so ein bisschen Revue passieren lassen, da haben wir zum Beispiel Maxi hatten wir dabei, die finstere Spiegelkraft, den schwarzen Rosendrachen, nochmal Maxi, die ganzen Kosmo-Karten, Erzunterwettler Exzentrik ist eine super Karte, Durchbruchfähigkeit, Nummer 11, großes Auge, Fehler, Sternzeichenkunde Plejaden, Notfallteleport, also ihr seht, hier ist wirklich übischer Oruboros, hier sind wirklich so krass gute Karten drin, ich komme gar nicht drauf klar und natürlich könnt ihr die auch alle bei uns im Shop kaufen, es kann jedoch ein bisschen dauern, bis wir die da anbieten, weil es einfach wirklich so ist, die Nachfrage war so groß, dass die Händler schon eingeteilt wurden und wir noch ein paar Tage warten müssen auf die Nachlieferung für uns, die wir dann für die Einzelkarten nutzen, denn wir möchten natürlich zuerst mal unsere Kunden beliefern, die vorbestellt haben, auf jeden Fall, super coole Edition, lohnt sich auf jeden Fall, ich bin gespannt, was Konami uns dann noch bereithält dieses Jahr und wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr gerne kommentieren, Daumen hoch geben oder unseren Channel abonnieren, wir machen ja sehr viele Videos zu Yu-Gi-Oh! Wir sind auch auf Facebook sehr aktiv und haben einen Blog, da gibt es alle möglichen Infos rund um Yu-Gi-Oh! Deckvorstellungen, Turnierberichte und so weiter und so fort, schaut da gerne mal rein, ansonsten, wie gesagt, hoffe ich euch hat es gefallen und freue mich auf das nächste Video und sage bis dann!